Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnerb.de, ihrem Online-Outlet für Markensofa. Heute mit einer großen Ecke von Tommy M. Lulu heißt das gute Stück und in einem Leder, das es gar nicht gibt. Hacienda Chincha heißt dieses Leder. Ein leicht angeschliffenes Anilin-Leder, wo dann mit verschiedenen Paraffinen die Naturmerkmale noch stärker herausgearbeitet werden. Also man will hier die Naturmerkmale nicht verdecken, sondern im Gegenteil, man will sie zeigen. Also hier sind alle Flecken extrem sichtbar, alle Beschädigungen an der Haut sichtbar, ja so wie das Tier gelebt hat. Keine offenen Stellen natürlich und das Ganze ist noch mit Jeansnähten versehen asymmetrisch zusammengenäht. Ich finde das ganz klasse, eine launchige Garnitur, vorstehend rechts ist sie 15 cm tiefer zum Launchen. Hier auf dieser Seite hat sie Normal-Tiefe, kann hier also auch ganz normal sitzen. Etwas launchiger gepolstert, also mittelsoft, so dass sie drin sitzen, nicht drauf. Viel Platz zum Liegen, Lümmeln, eine Garnitur für eine Familie, die es bequem mag. Kubisch ausgerichtet, bleibt immer modern, aber was ganz besonders natürlich rundum bezogen. Das Leder, fragen Sie mich, ist empfindlich? Naja, es lebt, es hat einen natürlichen Schutz, also die Paraffine, die Öle schützen das Leder. Es muss natürlich auch gepflegt werden, aber so empfindlich ist es nun nicht, weil man ja alle Naturmerkmale eh sieht. Und wenn da mal was draufkommt, dann sieht es aus wie ein Naturmerkmal. Also, Lulu von Tommy M., was ganz Besonderes, einmal da. Für 3.499 Euro plus 199 Euro Fracht kann ich Ihnen diese neu produzierte Gruppe in Sonderleder Hacienda anbieten. Wäre das was für Sie? Ja dann, ja dann, ja dann. Kommen Sie nach Empfingen oder legen Sie die Gruppe in den Warenkorb. Ein Like hätte ich gerne, ein Abo und ich verbleibe für heute. Ihr Lutz Reinhardt, danke und tschüss.